Slender... Juuuuuuu! Jeeeeee! Oh Gott! Geh weg mit! Das ist ein Teil! Ich sag, komm jetzt... Nein, jetzt lass mich doch bitte. Juhu! Und willkommen zu dem Halloween Special mit Slender Hospice! Und mit meiner Mutter mit Komen-Sie... Halloween Day! Ich bin so fies... Boah, ich kann nur den Popo anfassen. Oh, warte, hier sind Teile. Oh Mann! Auf jeden Fall müssen wir Blätter finden. Ich spiel's mit meiner Mutter. Wir sind in einem fiesen Krankenhaus und Slender sind tot sehr. Also muss ich eigentlich nur bewegen und Blätter finden. Ah, guck mal, es ist gefunden. Always hunting. Da kommt die Musik, da ist der da. Ja, ja, Mann, ist okay. Hör auf, mir auch noch Angst zu machen. Sag einfach, gib mir! Diese fiese Spinne. Nachher steht da wirklich, hör auf, mit der Spinne. Was machst du denn, wenn der kommt? Ja, dann kannst du laufen. Haufst du ihn an auf der Oma? Nein, du kannst ihn ja nicht kaputt machen, du kannst nur weglaufen. Wie, wohin soll ich denn da laufen? Ja, du musst dann immer diese Blätter fff-kriegen. Fff-kriegen. Oh, da ist er! Hast du gesehen? Ja. Ist ja fies, ne? Ja. Boah, nee, ist okay. Vielleicht ist er gar nicht. Doch, doch, guck, da kommt bestimmt was. Boah, wenn ich schlecht schlafe, sag mal, du schaffst das. Nee, das ist ekel. Doch, doch, alles klar. Das geschieht was nicht. Mann, ich bin der Schisser. Hör auf, der Schisser zu sein. Ich dachte, du tröstest mich, wenn ich Angst hab. Was ist denn das hier? Ein Kolben ist das. Ein Schnisch. Wer machte Sputt damit? Mit Kolben? Was ist doch noch nicht. Ah, Mama, wieso weißt du das nicht? Maiskolben war da nicht. Da blutverschmiert. Hauptsache, so voll das Horrorspieler und wir so, mit Maiskolben machte dich kaputt. Blablabla. Ah, guck mal, zweiter Zettel. Und dann kommt der wieder. Was steht denn da drauf? Was sollst du essen? Nein, du willst es nicht wissen. Wen soll ich denn essen? Maiskolben. Nein, da stand eat yum yum. Nein, Maiskolben sollst du essen. Nee, da sollst du mal einen Finger essen. Nein. Was stand denn da drauf? Was stand denn da drauf? Oh, Mama, die Musik wird schon gemein. Das mag ich gar nicht. Warte, aber noch ein Zettel. Effekt. Komm, wir schaffen das. Save me. Wir schaffen das. Boah, ich hab mich erschreckt, weil noch gar nichts da war. Was ist denn Save me? Rette mich. Du hast doch ekelhaft. Du musst mir doch Menschen retten. Nein, 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 nein. Nein, Mama. Aber ich gucke mich. Oh, ich hasse diese Musik. Ich will gar keine Zettel mehr finden. So geht es mir immer in dem Spiel. Ich hasse das einfach. Kann man die Musik nicht ausschalten? Klar kann es nicht ausschalten, aber das macht ja das Spiel aus, dass du schon irgendwas hörst. Ich glaube, das ist zufällig. Oh, da steht er. Ja, ich weiß, aber wir sind Olaf, also so ist es jetzt nicht. Sieht einfach nicht gemein aus. Oh, boah, komm. Oh, schrei doch nicht. Ja, wenn ich aber Angst um das schreibe, und pack die stubsche Bitterwelt. Bist du tot? Oh. Lass das, der kommt nicht mehr ran. Nein. Nein. Er ist gepressen von der Tarant. Puh. Was muss ich denn tun? Oh, Mann. Da stöhnt einer, da läuft einer weg. Ja. Da läuft niemand weg. Das glaubst du nur. Nee, das ist nicht schön. Oh, Mama. Ich bin ehrlich gar nicht. Hochspiele sind nicht schön. Oh, ist das ekeler. Pah. Da ist eins. Nee, nee, den denk ich nicht holen. Doch, doch, doch. Nee, ich geh da nicht hin. Doch, du musst die holen, sonst kommt der doch gar nicht erst. Das macht doch das Spiel aus. Ja, das find ich ja gerade gut. Ich find die Kanzette. Da ist doch schon einer. Oh, nee, da kommt die Geschwiesenmusik. Mama, komm, mach jetzt. Los, du schaffst das. Haust den kaputt. Mir kannst du sowas nicht machen. Und du klickst dann drauf. Also geh näher dran und dann klickst du mit der linken Maus das wieder auf. Ich weiß nicht, wie es wird. Ja, klick doch drauf. Da ist ein anderer, ja. Nein, du willst es nicht wissen. Du sagst mir erst auf der Fall. Du kannst nicht rennen, du kannst dich nicht verstecken. Nee, das stimmt, aber rennen kann ich gar nicht. Oh, und da sind echt keine Ohne. Mama, jetzt nimm dich los. Sei nicht so eine Pussy. Doch. Lass mich Pussy sein. Nein. Ich bin gerne Pussy. Mach doch jetzt mal. Muss ich den jetzt auch krabbschen mit der Maus? Ja, ja, krabbschen. Ja, drück drauf. Nee, dann steht der da. Ich kann nicht so schnell bedienen. Da kommt Sunny. Los, und jetzt gehst du einfach durch die weitere Dinge. Du schaffst das. Nee, nee, ich bin ganz langsam. Wenn der jetzt kommt, ich kann nicht umdrehen. Mama, der kommt gar nicht. Das ist eine Scheiße. Guck dich doch mal um. Oh. 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 Du weg. Wie, wo war der denn? Du hast beim ersten Blatt verloren. Wie schlecht. Weil du dich nicht bewegt hast. Du bist einfach so. Ich hab gedreht. Oh, da ist der. Nee, ich hab den noch gar nicht. Dann war das unser kleines und sehr wenig Halloween-Raises. Spieze. Ich kann nicht schlafen, diese Naht. So rum. Ja, ich hab es euch trotzdem gefallen. Spiegt so was nicht. Hört auf eure Eltern. Und macht das nicht zu Hause nach. Spiegt fritzi Fisch. Also bis zum nächsten Mal. Nichts, wenn noch.